So, Hi und Servus miteinander. Ich habe hier einen richtig schönen kleinen EDC-Fixed-Stachel. Und dieses Messerchen hat im ersten Run schon, man kann wirklich schon sagen, einen Hype ausgelöst. Und genau deswegen gibt es jetzt auch einen zweiten Run. Und den gibt es heute ab 18 Uhr dann zu kaufen. Und an eurer Stelle würde ich schnell sein, denn ich glaube, dass der zweite Run genauso schnell vergriffen ist wie der erste. Denn es ist einfach ein cooles Messer, das einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, richtig, richtig gut ist. Und der ein oder andere hat es natürlich jetzt schon am Karton erkannt. Ich spreche über das SK09 vom Sven Kinast. Und neu ist, ihr bekommt es natürlich beim Sven, aber ihr bekommt es jetzt auch im Söldner-Messerladen in allen Varianten. Mit Lederscheide, mit KDX und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns direkt nach dem Intro mal das Messerchen im Detail an. Wir packen es gemeinsam aus. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht in der Hand. Und ich freue mich drauf, das gemeinsam mit euch mal auszupacken und uns das mal gemeinsam anzuschauen. Also bleibt dran, direkt nach dem Intro geht es weiter. Und ich freue mich drauf, das mal auszupacken und uns das mal auszupacken und uns das mal auszupacken. So, und jetzt packen wir uns dieses Messerchen mal ein bisschen aus und schauen uns das an. Es kommt also in den schwarzen Karton, alles recht und gut. Karton interessiert mich jetzt nicht. Ich will jetzt endlich dieses Messerchen sehen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das ursprünglich rausgesucht als Weihnachtsgeschenk. Und zwar mit diesem Titan-Honeykamp-Muster-Griffschalen. Ich wusste aber dann nicht, kommt es dann rechtzeitig noch vor Weihnachten oder nicht. Denn ursprünglich war der zweite Run für Mitte November angesetzt. Ich habe mir jetzt was anderes rausgesucht. Nichtsdestotrotz habe ich aber gesagt, ich brauche das trotzdem noch. Allerdings jetzt nicht mit den Titan-Skates, sondern mit schwarzem Mikata. Aber jetzt schauen wir gleich mal. Jetzt haben wir hier so ein kleines Kartchen mit dabei. Hier oben steht dann die Serienummer drauf. Wir haben hier letztendlich welche Stahlsorte. Ich glaube, die ist auch immer die gleiche. Der 14C28 Sandwegstahl. Wir haben hier die Beschichtung. Wir haben hier unten welche Variante der Griffschalen. Es ist also hier Mikata schwarz. Und es ist die Kaidegg-Scheide. Es gibt natürlich das Ganze auch noch mit einer Lederscheide. Es gibt es in verschiedenen Mikata-Varianten. Wie gesagt, in Titan mit so einem Honeykamp-Muster mit drauf. Und in G10. Könnt ihr euch aber alles natürlich auf dem Söldner Messer-Shop eben auch nochmal anschauen. Da sind alle schön drauf, schön beschrieben. Bevor wir uns das Messerchen jetzt aber anschauen, gucken wir noch hier ganz kurz rein. Hier haben wir so eine kleine Prybar mit dabei. Das ist eigentlich ganz cool. Da kommen wir nachher gleich nochmal dazu, warum die hier mit dabei ist. Und wir haben hier nochmal Ersatzschrauben für die Griffschalen mit dabei. Ist ganz okay. Denn wenn man das Ding mal auseinander schraubt. Es gibt ja auch separat Griffschalen zum Beispiel. Und man verliert vielleicht mal so eine Schraube oder sonstiges. Oder die Beschichtung, die schwarze, geht ab. Dann hast du hier nochmal ein zweites Pärchen Schrauben. So, dann haben wir hier ein Tütchen. Das ist gut verschlossen. So, oder? Und dann holen wir mal das schöne Stück hier raus. So. Das ist es. Und das ist wirklich ein, wie ich finde, sehr, sehr hübsches Messerchen. Das Sven hat ein Video gepostet. Ich glaube, am Wochenende war es. Und hat schon gesagt, die Dinger, die sind sowas von eingeölt. Und ja, hier hängt wirklich viel Öl rum. Und man sieht auch, hier aus der Schraube drückt es ein bisschen Öl raus. Und das Mikata ist ein super schönes Mikata. Aber das kommt noch gar nicht mal so zur Geltung, weil es relativ dunkel ist, eben durch dieses Öl, das hier überall ausdrängt. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz die Griffschalen runter. Und reinige in Fette mal schnell die Griffschalen, die Mikata-Griffschalen, sodass das Mikata nochmal ein bisschen besser zum Vorschein kommt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt sind die Griffschalen ein bisschen gereinigt. Ich habe es nur ganz kurz gemacht. Sven hat ja gesagt in seinem Video, am besten mit einem Bremsreiniger. Ich habe das jetzt einfach nur unter dem Wasserhahn mit ein bisschen Spüli. Ihr müsst hier diese Griffschalen auch nicht abschrauben dazu. Das muss nicht sein. Ich habe es jetzt einfach noch gemacht. Ich mache das bei anderen auch nicht, dass sie die Griffschalen entfernen. Ich hebe die ein bisschen unter warmes Wasser mit ein bisschen Spüli. Und dann geht das Fett eben weg. Ich habe es jetzt hier nur weggemacht aus einem Grund. Ich wollte euch was zeigen. Hier ist dann diese Aussparung mit drin. Einfach, dass man rausgelasert hat oder rausgefräst hat, damit das ganze Messerchen natürlich hier ein bisschen leichter wird insgesamt. Und jetzt kommt wieder diese kleine Bri-Bar ins Spiel. Die passt hier natürlich einwandfrei rein. Denn die Bri-Bar, das ist eigentlich nichts anderes wie ein Abfallprodukt in Anführungszeichen. Das ist dieser Ausschnitt hier aus dem Messergriff. Und anstatt das eben wegzuschmeißen, hat das Sven gemeint, komm, dann machen wir hier eben so eine kleine Bri-Bar mit raus als Zugabe. Ich finde es echt, echt cool. Und ist doch viel cooler, wie wenn man so ein Ding wegschmeißt. Also ich finde es cool. Jetzt machen wir aber die zweite Griffschale auch wieder drauf. Und dann schauen wir uns das ganze Messerchen nochmal so ein bisschen im Detail an. Um die Griffschalen abzumontieren, braucht man hier einen 8er Torx. So, wunderbar. Die erste ist drin. Und die zweite, na ich sehe es nicht hinter der Kamera, hier noch rein. So, fest ist es. Und jetzt schaut es, wie ich finde, gleich nochmal viel cooler aus. Auch wenn es jetzt hier bei mir noch so ein bisschen fleckig ist. Ich habe es nur ganz kurz drunter gehalten. Aber genau das gefällt mir eigentlich persönlich. Weil dann kriegt es so einen Used-Look. Und natürlich dunkelt das Ganze natürlich mit der Zeit wieder nach. Ihr seht das einfach durch den Fettgehalt der Haut, durch den pH-Wert. Aber das kriegt dann halt so eine eigene, leicht fleckige Patina. Und wenn es einem nicht gefällt, hält man es wieder kurz unter dem Wasserhahn mit ein bisschen Spüli und Gutes. Das Ganze hat eine wirklich gute Handlage. Das muss man ehrlich sagen. Der kleine Finger passt nicht mehr drauf. Der schmiegt sich aber gut dahinter hin. Und wer sagt, ich möchte hier den kleinen Finger auch noch in irgendeiner Art und Weise drauf haben, der macht sich hier hinten einfach ein kleines Lenya dran. Und dann hast du hier halt noch für größere Hände auch noch einen besseren Halt. Die Klinge schauen wir uns an. Hier haben wir einmal das Logo vom Sven Kinast mit drauf. Auf der anderen Seite GE Made. Und die Seriennummer. Also wirklich hübsch und recht clean, die Klinge. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier über, ich sag mal, 85% der Klinge eine schöne Swatch. Das macht das Messerchen auch noch so ein bisschen flotter nochmal. Und wir haben hier einen Flachschliff, der super fein ausgeschliffen ist. Ich habe leider kein richtiges Papier mehr da gerade hier rumliegen. Deswegen hier einfach von einem Brief. Aber das Ding ist mega, mega scharf ausgeschliffen. Ihr seht das bisher auf vier hin, wo da eine Klebe ist. Funktioniert das wirklich super. Also ganz, ganz toll. Gefällt mir richtig gut. Jetzt holen wir aber nochmal kurz ein Holz und probieren, ob es im Holz denn auch so gut funktioniert. So, jetzt habe ich ein Stückchen Holz geholt. Ihr seht das, das habe ich schon öfters für den Review hergenommen. Und ich darf da rein schnitzen, denn ich behalte dieses Messerchen. Das kaufe ich. Also da ist jetzt nichts gesponsert oder sonstiges, sondern das ist von mir dann auch gekauft. Das ist also gar keine Frage. Und auch im Holz funktioniert das sehr, sehr gut. Ich glaube, aus dem Osten Run hat der Jochen vom Kanal GM Knives. Der hat sogar einen Löffel damit geschnitzt, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Schaut einfach mal drauf und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Also ist ein richtig schöner, kleiner Worker. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ja, es ist ein schickes Messer. Wie gesagt, gibt es mit verschiedenen Griffmaterialien. Ihr könnt aussuchen, Kaidex oder Leder. Alle Varianten bekommt ihr im Söldner Messerladen. Und als kleiner Tipp am Rande. Es gibt hier dann auch noch meinen Rabattcode. Lars-1301. Und mit diesem Rabattcode erhaltet ihr nochmal 5% Rabatt auf alle Produkte beim Söldner Messerladen. Also somit auch auf dieses hier. Und dann kostet dieses Messer in dieser Variante, so wie es jetzt ist, mit dieser Kaidex, ich glaube, 80,75 Euro. Und das ist natürlich schon ein Hammerpreis für dieses Messer. Also ich finde es wirklich sehr, 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 sehr geil. Wer sagt, okay, ich möchte die Lederscheide nicht, die kostet 35 Euro extra, glaube ich, und hat zu Hause noch eine Lederscheide rumliegen. Ich habe jetzt hier diese hier von meinem AK-1 zum Beispiel, das ich meistens in der Kaidex trage. Da passt das natürlich auch rein, oder? Da passt das auch rein. Da kostet allerdings dann die Lederscheide mehr wie das ganze Messer, was dann schon auch wieder ein bisschen komisch ist. Aber es passt auch gut. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut zusammen. Es ist ein cooles Messer. Jetzt schauen wir uns aber noch mal ganz kurz das eine oder andere fix noch im Vergleich an. Einfach von der Größe her. So, was haben wir dann da? Wir haben hier ein Little Trodin von Böker, das natürlich viel, viel wuchtiger ist. Also ist ein anderer Stil natürlich auch. Aber ja, eigentlich nicht so viel Unterschied. Natürlich wesentlich schwerer, wesentlich dicker von der Klingenstärke her und so weiter. Aber es ist halt auch ein kleines Fix. Ich finde es auch geil, muss ich auch sagen. Oder das Heidi Blacksmith No. 1. Auch ein schicker kleiner Stachel. Mag ich auch sehr gern. Hier kriegst du halt alle Finger drauf. Hat einen sehr, sehr schlanken Griff. Aber ich finde trotzdem, liegt es auch gut in der Hand. Jetzt ist es einfach vom Design her nochmal ein bisschen was anderes. Und ich finde es wirklich, wirklich cool. Also ich kann es definitiv empfehlen. Einverarbeitung, alles, alles sauber. Hier passt alles. Ihr seht, ich habe die Griffschalen entfernt und wieder neu herangemacht. Und da ist nichts, keine Spaltmaße, gar nichts. Also das ist alles, alles gut verarbeitet. Absolut. Ich finde es ein richtig cooles Messerchen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Glederreste von dieser Scheide noch mit drauf. Also ein richtig cooles Messer. Schön scharf, fein ausgeschliffen hier unten. Also wirklich, wirklich ein cooles Messer. Preis, Preis, Leistung, absolut top. Und ich verlinke euch dieses Messer oder alle Varianten hier von dem SK09 natürlich unten in der Videobeschreibung auf dem Söldner Messerladen Online Shop. Also ein richtig cooles Messerchen. Gefällt mir absolut top. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ich euch über einen Daumen nach oben natürlich wahnsinnig dankbar. Und genauso natürlich auch über ein Abo, falls ihr nicht sowieso schon eins da gelassen habt. Und macht noch schnell mit beim Adventsgewinnspiel. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Tschüssli. Bye, bye. Und macht's gut. Ciao.